Es ist ja ein ganz wichtiger Punkt für unsere Meditationspraxis und es ist auch für diejenigen, die noch nicht in der Nähe der vollen Konzentration sind, von Wichtigkeit. Und darum von Wichtigkeit, weil man wenigstens weiß, wo der Weg hinführt. Es gibt drei Arten der Konzentration auf Pali, Kanika Samadhi, Upachara Samadhi und Appana Samadhi. Okay, momentane Sammlung, angrenzende Sammlung und volle Sammlung. Der Buddha hat von der momentanen Sammlung überhaupt nichts gesagt. Das steht alles in den Kommentaren. Man kriegt da so ein bisschen den Verdacht, da ja die Kommentare von Menschen geschrieben sind, dass die vielleicht sich nicht sehr gut sammeln konnten. Und daher sich mit der momentanen Sammlung gebenügt haben. Das ist aber nur ein Verdacht, das wissen wir nicht. Buddha hat nichts davon gesagt. Die angrenzende Sammlung wird öfter erwähnt. Und die möchte ich jetzt auch erwähnen. Und ich hatte sie schon einmal erwähnt, aber wahrscheinlich ist das schon zu lange her. Die angrenzende Sammlung spielt sich auf diese Art und Weise ab. Man hat das Gefühl, dass man beim Meditationsobjekt ist, das heißt beim Atem oder aber auch bei der Gefühlsbetrachtung in der Stück-für-Stück-Meditation. Es kann auch sogar bei der Kontemplation sein. Man hat das Gefühl, man ist ganz dabei. Aber vor allen Dingen beim Atem ist das sehr deutlich. Und dennoch scheinen wolkenartige Gedanken am Hinterkopf vorbeizuziehen. Das ist aber natürlich nur ein Gleichnis. Sie ziehen nicht am Hinterkopf vorbei, sondern gehen einen durch den Geist. Sie sind aber so wolkenartig, dass man nicht feststellen kann, um was sich eigentlich handelt. Und auch gar nicht feststellen soll. Denn das bringt die angrenzende Sammlung wieder zurück zur momentanen Sammlung. Man soll überhaupt dabei nichts anderes tun, als die Willenskraft etwas mehr anzukurbeln. Und ich möchte noch einmal, weil es ganz wichtig ist, den Unterschied ganz kurz zwischen Willenskraft und Wollen erklären. Willenskraft ist die Geistesformation, die den Entschluss fasst und es uns machen lässt. Wogegen das Wollen, wogegen das Wollen ein Resultatdenken ist. Ich möchte es gern haben. Das ist total entgegen der Meditationsmöglichkeit, das Wollen. Wogegen die Willenskraft unumgänglich nötig ist. Man muss sich mit dem Entschluss auf Pali Aditane hinsetzen. Es gehört einfach dazu. Und mehrere haben schon erwähnt, dass wenn sie sich mit dem Entschluss hinsetzen, die Meditation besser verläuft. Daher möchte ich das noch einmal empfehlen und darauf aufmerksam machen, dass jegliches Wollen, jegliches Haben-Wollen, Erreichen-Wollen, nichts bringt. Im Gegenteil, es bringt das Gegenteil. Wir können uns nicht konzentrieren, denn wir wollen etwas erreichen. Das heißt also, bei der angrenzenden Sammlung, die an die volle Sammlung angrenzt, daher heißt sie so, etwas mehr Willenskraft, um den Geist in den Atem fallen zu lassen, sich hinzugeben. Jemand hat gesagt, er benutzt die Worte, alles geben. Sehr gute Idee. Sobald es auch das Gefühl mit sich bringt. Sich hingeben. Wenn wir das bei der angrenzenden Sammlung machen, so bedeutet das natürlich auch kein Etikettieren. Nichts feststellen, sondern sich fallen lassen. Bei der momentanen Sammlung, wo jeder Moment von Gedanken gestört werden kann und oft auch gestört wird, ist das Etikettieren eine große Hilfe, bis diese angrenzende Sammlung kommt und man es nicht mehr braucht. Man merkt es selber, wenn man es nicht mehr braucht. Solange man den Geist noch zurückholen muss von seinen abschweifenden und weltlichen Wegen, so lange braucht man das Etikettieren. Das erste Etikett, das in den Sinn kommt, ist das Richtige. Auf der praktischen Seite. Wenn die angrenzende Sammlung sich in volle Sammlung verwandelt hat, wird im Allgemeinen der Atem ganz fein, weil nämlich zu der Zeit der Geist auch ganz fein ist. Er kümmert sich um nichts anderes als um diese eine Sache, das Meditationsobjekt. Er ist also nicht mehr weitschweifig, sondern er ist ganz zusammen einspitzig auf eine Sache gerichtet. Diese Feinheit des Atems wird manchmal so empfunden, als ob man aufgehört hat zu atmen. Und dann kommt ein großer Schreck und man nimmt einen tiefen Atemzug. Das ist entgegen des Fortschrittes der meditativen Praxis, kommt aber natürlich als eine automatische Reaktion daher. Möchte ich das jetzt ganz klar verdeutlichen, was da eigentlich geschieht, damit diejenigen, denen es geschieht, es auch verwenden können. Wir können den Atem vergleichen mit einem Schlüssel. Wenn wir einen Schlüssel in ein Schlüsselloch stecken wollen, so müssen wir ihn lange genug und fest genug in der Hand haben, um das Schlüsselloch zu treffen. So ist die Betrachtung des Atems. Das ist Methode. Das ist Schlüssel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich vorstellen kann und darauf freuen kann, den Rest seines Lebens den Atem zu betrachten. Als Meditationspraxis. Das ist auch nicht angesagt. Es ist der Schlüssel, um das Tor nach innen zu öffnen. Wenn also der Atem ganz fein wird, bedeutet das, dass wir diesen Schlüssel fest im Geist haben. Und es ist nicht angesagt, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Denn das heißt, dass wir wieder anfangen, uns um den Schlüssel zu kümmern, statt zu suchen, das Tor aufzuschließen. Was zu der Zeit angesagt ist, ist nach innen in sich hinein zu gehen und dort die Empfindungen festzustellen, die zu der Zeit vorhanden sind. Es besteht überhaupt keine Gefahr, dass wir aufhören zu atmen. Das macht kein Mensch freiwillig. Und wenn wir den Atem nicht spüren, an der Nase, so können wir ganz sicher sein, dass wir durch die Poren atmen. Das ist überhaupt kein Grund zur Angst. Aber es ist eine natürliche Reaktion. Und daher möchte ich es ganz klar verdeutlichen. Wenn wir also diese Feinheit des Atems, der manchmal so fein ist, dass wir ihn nicht finden können, akzeptieren, so wie es ist, uns vom Atembetrachtung abwenden, sofort, und uns nach innen, in uns hineinwenden, so ist es sehr leicht möglich. Im Allgemeinen sollte es dann so sein, dass wir inneres Entzücken verspüren. Inneres Entzücken heißt auf Pali Piti, P-I-T-I. und kann als ein entzückendes Körperempfinden bezeichnet werden. Es kommt in vielen verschiedenen Arten. In den Kommentaren sind 17 verschiedene Arten beschrieben. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Die häufigsten sind ein Gefühl der Leichtigkeit. Der Körper hat sein Schwergewicht verloren. Ein Gefühl des Schwebens. Keiner schwebt. Das ist nur ein Gefühl. Es ist sogar manchmal, kann man beobachten, wenn man gerade da zu beobachten die Zeit hat, dass Menschen gucken, ob sie wirklich noch da unten sitzen. Garantiert. Ganz garantiert sitzt man noch auf dem Kissen. Aber es ist ein Gefühl des Sich-Erhebens. Das ist alles. Es kann ein Gefühl der inneren Wärme sein. Ein Gefühl des Verlierens der Körpergrenzen. Sich auflösen. Es kann ein Gefühl des einer Vibration, die durch den ganzen Körper geht, sein. Aber alle, was immer es ist, sind entzückend. Und daher braucht man niemanden zu fragen, war das die richtige Empfindung? Wenn sie ganz entzückend ist, dann ist sie die richtige Empfindung gewesen. Und die ich eben erwähnt habe, sind die häufigsten. Es gibt noch andere, die auch dabei vorkommen. Es ist auch ein Gefühl des Wohlbefindens. Äußerstes Wohlbefinden. was immer es ist, es können mehrere sein. Man nimmt das, was am stärksten kommt und benutzt es als Meditationssubjekt. Darauf die Achtsamkeit richten. Wenn das nun zum ersten Mal passiert, so ist die Reaktion meistens so, ach, was war denn das? Das war ja interessant. Und natürlich hat es sofort aufgehört. Wiedermachen. Man bleibt immerhin nichts anderes übrig. Und so oft wieder machen, bis der Geist nicht mehr dieses Kommentar abgibt, sondern bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Das geht sehr schnell. Man ist immer bereit, sich mit etwas Entzückenden zu beschäftigen. Es ist nur das erste oder zweite Mal, dass er dieses Kommentar von sich gibt. Dazu gehören aber verschiedene Vorsichtsmaßregeln. Wenn es einmal ganz kurzfristig hochkommt und man sich dann schön wieder hinsetzt und es wieder machen will, auf keinen Fall dieses Entzücken suchen. Das ergibt es nichts zu suchen. Wir haben es immer in uns. Es ist nur das Tor verschüttet. Das Tor nach innen ist verschüttet durch unsere Gedanken und Reaktionen. Vor allen Dingen durch unsere Negativitäten. Aber auch allein schon durch Gedanken. Wir haben dieses Empfinden als ein Teil unserer Selbst. Das heißt also, wir brauchen uns überhaupt nicht zu suchen. Wir brauchen nur alles andere loszulassen. Und ich habe dieses Wort loslassen schon so oft verwendet in diesem Kurs, dass es vielleicht schon etwas langweilig wird, das zu hören. Aber es gibt keine Wahl. Loslassen ist das Einzige, was wir machen können. Damit wir durch dieses Tor, symbolisch gemeint natürlich, in unser Innenleben eintreten können, wo Reinheit immer herrscht, die wir aber sehr häufig überhaupt nicht kennenlernen, die die meisten Menschen auf der Welt leider nie kennenlernen. Erstens einmal, weil sie sich nicht mit dem meditativen Pfad beschäftigen und zweitens einmal, weil sie auch die Anleitung dazu nicht haben. Es gibt sehr wenige spirituelle Genies, die meisten Menschen brauchen Anleitung. Wir können sehr glücklich sein, dass wir sie haben in der Überlieferung. Dieser Weg nach innen ist jedem offen. Es gibt keinen Menschen, der diesen Weg nach innen nicht gehen kann. Es gibt keinen Menschen, der sich nicht genügend konzentrieren kann, um den Weg nach innen zu gehen. Es gibt nur viele Menschen, die sich nicht der Mühe unterziehen wollen. Es ist mühsam, sich zu konzentrieren. Aber gerade in so einem Kurs wie in diesem sind die Vorbedingungen so ideal, dass es vielen möglich ist, die es auch vorher noch nicht gemacht haben. Wenn wir also dieses Erlebnis haben, dass wir auf keinen Fall suchen sollen, können, dürfen, weil da es nicht zu suchen gibt, es ist vorhanden. Wir müssen nur ran können. Und wir hätten, wenn wir schon früher aufgehört hätten mit dem vielen Denken, es auch schon früher erlebt. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wenn es also so weit gekommen ist, dass wir es erleben können und dann den Geist so weit zähmen können, dass er eine Weile und Weile, wie lange eine Weile ist, ist im Moment nicht wichtig, dort bleiben kann, dann haben wir den Anfang eines neuen Bewusstseins, dass eine Bewusstseinsebene die uns bis jetzt im Alltagsbewusstsein nicht offen war. Im Alltagsbewusstsein ist nichts anderes vorhanden wie die Dualität, das haben wollen, das loswerden wollen, das was ich bin und das was du bist, das was gestern war und was morgen sein wird, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und wie ich auf all das reagiere. Selbstverständlich ist dieses Alltagsbewusstsein auch nötig und sehr häufig ganz wichtig für unseren Lebenserwerb, für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Alltagsebene. Aber wenn wir uns damit begnügen mit diesem Alltagsbewusstsein, dann haben wir das Schönste und Weitgehendste das Potenzial eines Menschen verpasst. Wir haben etwas ganz anderes in uns. Und jeder, der es schon erlebt hat und es weiter erlebt, und das ist nur der erste Schritt, den ich da erkläre, weiß, dass sich dadurch seine Einstellung zum Leben, zur Welt und zu sich selbst geändert hat. Es muss sich ändern. Es kann nicht dasselbe bleiben. Wir haben eine Möglichkeit durch dieses erste Erleben, wenn wir eine Weile drauf geblieben sind, dass es uns ganz klar wird, dass das, was wir in der Welt gesucht haben, wir ja alle in uns tragen, dass es überhaupt gar nicht nötig ist, in der Welt so ernsthaft und so besorgt nach dem zu suchen, was uns glücklich machen soll. Denn selbst dieser erste Schritt, und es gibt acht von diesen Vertiefungen, die auf Pali Jhana heißen, J-H-A-N-A, ist nur der erste. Selbst dieser erste Schritt zeigt uns schon, dass das, was wir in der Welt durch die Sinne bekommen haben, wohl auch oft erfreulich war und doch sein soll, aber unvergleichlich mit dem, was wir sowieso in uns tragen. Aber nicht nur das, das, was wir durch die Sinne bekommen, ist abhängig. Abhängig von dem, was wir sehen und hören, riechen, schmecken, berühren, denken. Wir sind in einem Abhängigkeitsverhältnis, dass das, was auf uns zukommt, durch die Sinne, uns auch erfreuen wird. Ein Abhängigkeitsverhältnis ist Unfreiheit. Der Buddha hat uns Freiheit versprochen. Hier haben wir zwar nicht ein Erlebnis, das überhaupt keine Bedingungen hat, aber auf jeden Fall ist es nicht von außen abhängig. Es ist von innen abhängig, von unserer Konzentration. Das ist die einzige Abhängigkeit, die dabei überhaupt mitspielt. Wir sind also frei in dem Moment von dem, was wir in der Welt haben können und suchen. Das bringt eine Änderung unserer Prioritäten mit sich. Sobald wir erlebt haben, und das ist ein wichtiger Punkt, sobald wir erlebt haben, dass wir ohne unsere Sinneskontakte, das heißt ohne Hören, ohne Sehen, ohne Riechen, ohne Schmecken, ohne Berühren und ohne Denken, ein inneres Entzücken erleben können, dann wird uns ganz klar, und es gibt wohl keinem, dem das nicht sofort klar ist, dass wir nicht die Annehmlichkeiten durch die Sinne so dringend mehr zu suchen brauchen. Sie existieren und sie kommen auf uns zu und wir werden auch, wenn wir dieses Erleben haben, dankbar sein dafür. Die meisten Menschen sind überhaupt nicht dankbar für ihre angenehmen Sinneskontakte. Die schimpfen, wenn sie sie nicht haben. Die schimpfen mit irgendjemand, der angeblich daran schuld ist, dass sie keinen angenehmen Sinneskontakt gehabt haben. Aber dieser Unterschied ist ein ganz ausschlaggebender Unterschied. Die angenehmen Sinneskontakte kommen weiter auf uns zu. Wir werden dankbar für sie sein. Wir haben aber nicht mehr ganz so viel Zeit und Energie auf sie verbraucht, um sie zu suchen und zu behalten. Denn wir haben das gefunden, was ich das Heim für den Geist nenne. Geist hat ein Heim gefunden. Er kann in diesem Heim den Komfort und das Entzücken und auch das Glück finden, was er bis jetzt durch die Sinne gesucht hat. Dieses Entzücken ist natürlich nur spürbar während der Meditation. Aber es hat einen Niederschlag im Alltag. Und das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, den ich auch noch hier erläutern möchte. Wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag in einem Büro arbeiten und wir wüssten nicht, dass wir am Feierabend nach Hause bestimmt recht unglücklich sein. Wir haben aber ein Heim für den Körper. Und so, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, so hat der Körper jeglichen Komfort. Da gibt es Badezimmer, Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, da gibt es Lehnsessel, alles ist für den Körper bestens eingerichtet. Jetzt setzt er sich sehr ruhig und komfortabel in den Sessel und fühlt sich recht wohl. Und was macht der Geist? Der geht im Allgemeinen noch einmal durch, was alles am Tage passiert ist, wie er hätte besser sich hinstellen können, wenn er schneller geantwortet hätte, wie er den nächsten Tag das vielleicht noch nachholen kann, bei demjenigen, der ihn da etwas geärgert hat, wie er vielleicht diesen Ärger doch noch zur Kund geben kann, wie die Pläne, die er gemacht hat, vielleicht doch noch zu verwirklichen sind, der hat überhaupt keinen Komfort. Der sitzt da und ist beschäftigt. Wenn wir also jetzt aber am Tage wissen, dass auch der Geist, wenn wir uns abends wieder auf das Kissen setzen, das Heim in uns finden kann, so haben wir sozusagen einen Schutz um uns. Und alle die Unannehmlichkeiten, die im täglichen Leben bei keinem Menschen ausbleiben, berühren uns nicht ganz so stark. Wir sind sozusagen etwas geschützt, weil wir wissen, wir können dem Geist den Komfort wiedergeben, den er die ganze Zeit eigentlich, unser ganzes Leben lang schon gesucht hat. Es ist noch ein wichtiger Punkt, der über die erste Vertiefung zu sagen ist und das ist die erste Vertiefung, die ich beschreibe. Die erste Djana. besteht aus fünf Faktoren. Davon sind drei Faktoren bei jeder Meditation vorhanden. Und ich möchte sie darum besonders betonen. Denn diese drei Faktoren, die bei jeder Meditation vorhanden sind, sind ja auch vorhanden, selbst wenn die Konzentration nicht sehr einspitzig, nicht sehr erfolgreich ist. Der erste Faktor heißt auf Pali Vittaka und ist das anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt. Dieses anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt hat ein ganz bestimmtes Resultat. Es arbeitet gegen unsere Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Es ist sozusagen das Gegenmittel. Und jedes Mal, wenn wir uns hinwenden, arbeiten wir gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Die Lässigkeit und Trägheit des Geistes ist vom Buddha verglichen worden mit im Gefängnis sein. Lässigkeit und Trägheit des Geistes zeigt sich darin, dass wir auf morgen verschieben was wir heute tun könnten, dass wir an die Zukunft denken, statt im Jetzt zu sein. Lässigkeit und Trägheit des Geistes ist, dass wir dem Geist erlauben, alles zu tun, was er gern möchte, ihn aber nicht zähmen. All das wird entgegen gearbeitet durch dieses anfängliche Hinwenden. Das ist bei jeder Meditation. Das zweite heißt Vichara und das ist das dauernde Hinwenden zum Meditationsobjekt. Es wird verglichen mit dem Anschlagen des Gongs und der fortwährenden Vibration des Gongs, wie zum Beispiel hier. Das Anschlagen ist das anfängliche und die Vibration, die wir weiter hören, das dauernde. Die dauernde Hinwendung zum Meditationsobjekt. Das hat einen ganz einschlagenden Effekt auf uns. Nämlich, wenn wir wirklich auf dem Atem bleiben können, einige Zeit, dann legt sich sehr viel von unserem skeptischen Zweifel. Die Einspitzigkeit des Geistes macht es möglich, dass die Unruhe und Rastlosigkeit zu der Zeit verschwindet. Die Einspitzigkeit des Geistes ist etwas, was bei jeder Meditation nötig ist. Das heißt, auch wenn es nur momentan ist, wenn es nur eine Sekunde ist, so muss der Geist da drauf bleiben. Und diese Einspitzigkeit ist das, was ich bereits erklärt habe, das Anspitzen eines Bleistifts. Der Buddha hat es mit dem Schärfen einer Axt verglichen. Eine geschärfte Axt schneidet selbst durch dickes Holz wie Butter. Eine ungeschärfte Axt ist sogar ein gefährliches Instrument und macht die Arbeit äußerst schwer. Ein geschärfter Geist ist ein Geist, der die Illusionen durchschneidet, der das, was sich als eine Mauer, die uns umgibt, durchbrechen kann. Es ist die wichtigste Art und Weise, unserem Geist die Fürsorge zu geben, die er verdient. Selbstverständlich wird diese Einspitzigkeit stärker, wenn wir länger auf dem Meditationsobjekt bleiben können, was uns bei Glückseligkeit und Entzücken viel leichter fällt, als Atem betrachten. Der Geist ist viel mehr geneigt, bei Glückseligkeit und Entzücken zu bleiben, als beim Atem. Aber selbst wenn wir nur momentane Sammlung haben, so ist dennoch die Einspitzigkeit vorhanden. Und diese Einspitzigkeit ist auch als ein automatisches Mittel gegen diese Unruhe und Rastlosigkeit eine große Hilfe im täglichen Leben. Wenn unsere Meditationspraxis uns keine Hilfe bietet im täglichen Leben, dann haben wir es nicht richtig gemacht. Die Meditation, ob sie gut, schlecht oder mittelmäßig ist, muss genügend innere Einsicht bringen, muss genügend meditatives Gefühl mit sich bringen, sodass in unserem Alltag sich die Schwierigkeiten viel leichter auflösen. Sie verschwinden nicht, aber sie lösen sich leichter auf. Wir werden mit ihnen viel leichter fertig. Um diese Glückseligkeit noch einmal in Kontext zu bringen, in den richtigen Rahmen zu setzen, sie ist emotionell. Und beides, sowohl das Entzücken wie auch die Glückseligkeit, haben vor allen Dingen am Anfang etwas Erregung in sich. Vor allen Dingen dieses Entzücken, das hat noch ein gewisses Gefühl, als ob es hier oben irgendwo stattfindet. Das ist natürlich nur ein Gefühl und keine Tatsache. Und dass es sich hier abspielt, ist auch und weil es auch wahrscheinlich neu ist, etwas Erregend. Genauso ist es mit der Glückseligkeit. Auch das ist noch etwas Erregend. Der nächste Schritt ist das Loslassen, das Fallen lassen des entzückenden Empfindens. Es geht dabei in den Hintergrund des Bewusstseins. Und die Glückseligkeit kommt in den Vordergrund und wird das Meditationsobjekt. Und das ist die zweite Vertiefung. Und wenn die Glückseligkeit das Meditationsobjekt ist, so ist dabei das anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt verschwunden und zu der Zeit sollte auch das dauernde Hinwenden automatisch sein. Es ist also nötig, erst einmal den ersten Schritt so zu verankern, dass er selbstverständlich ist. Dazu sind drei Dinge nötig. Und die werde ich auch noch jetzt erklären. Wenn das entzückende Empfinden gekommen ist und wir können es eine Weile halten und dann ist entweder die Meditationszeit zu Ende oder die Konzentration ist total zu Ende. Bevor man die Augen aufmacht, sind drei Dinge zu tun. Das erste ist rekapitulieren, was man getan hat, um diesen Schritt zu ermöglichen. Es kann sein, dass man anders gesessen hat, anders gedacht, sich anders vorbereitet, was immer es sei, sich an alles erinnern. Versuchen, den Weg sich zu bahnen, sodass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass wenn man sich zur Meditation hinsetzt, dieser erste Schritt in das Innere sofort möglich wird. Am Anfang braucht man einige Zeit, bis man dorthin kann. Da es aber immer vorhanden in uns, so kommt der Moment, wo wir keine Zeit brauchen dazu. Dann ist das Erste. Das Zweite ist, zu wissen, obwohl das sehr schön war, so ist auch das vergänglich. Auch das Entzücken ist vergänglich. Wir sind immer bereit zu akzeptieren, dass unser Dukkha, das Unangenehme vergänglich ist. Hier müssen wir lernen, in Augenschein nehmen, dass das Angenehme genauso vergänglich ist. Solange uns das noch nicht vollkommen klar ist, wenn wir immer weiter das Angenehme suchen. Es ist genauso vergänglich. Sich das ganz deutlich vor Augen halten. Und das Dritte ist, was habe ich gelernt? Was habe ich aus diesem Erleben gelernt? Und das habe ich bereits gesagt, ich werde es wiederholen, man lernt, dass das, was wir durch die Sinne in der Welt bekommen, nicht zu vergleichen ist mit dem Entzücken, das in uns sowieso schon lebt. Wir lernen noch etwas daraus, aber das dauert eine Weile. Dieses Entzücken und diese Glückseligkeit haben keine Ich-Illusion. Die haben keinen persönlichen Namen, die haben keine persönliche Identifikation, die gehören niemandem, die sind. Und wenn uns das klar wird, wird an unserer Ich-Illusion etwas gerüttelt. Und wir haben vielleicht eine Öffnung, einen Zugang zu einem ganz anderen Denken und Empfinden, als wir bis jetzt gehabt haben. Da war eine Frage, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe, wie kann man die erweiterten Horizonte beschreiben, die aus der Meditation entstehen? Und das ist ein Anfang davon, von den erweiterten Horizonten. Je mehr wir diese Illusion des begrenzten Ichs aufgeben, desto erweiterte ist der Geist und der Horizont und das Erleben in uns der Bewusstseinsebenen, die jeder in sich trägt, jeder und die ein Allgemeingut sind und die mit verschiedenen Namen bezeichnet werden. Dieses Erleben, das ganz unpersönlich ist, allein auf Konzentration basiert, hilft uns, diesen weiten Blick, weiteren Blick zu bekommen. Bewusstseinsebenen, die sich nur auf Sinneskontakte beziehen und nur im Alltagsleben bleiben, genügen nicht für einen Menschen, der die Wahrheit sucht. Ein Mensch, der die Wahrheit sucht, braucht diese erweiterten Horizonte. Nein, es haben uns alles wir haben hier wir , ist, wir sind Untertitelung des ZDF, 2020